Oh, wir sind eigentlich ziemlich... Nein, 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 Ponsi, mein Gott, al... Überleg doch ein bisschen. Du bist so ein Vollidiot. Hat er eh ne Wappen, konnte ich grabben. Nicht nochmal! Oh, alter. Ja, hallo meine Freunde. So gut wie jeder hängt ja aktuell an der Questreihe The Terror Group Trail, die es echt in sich hat und gerade wegen der vermuteten Belohnung, also der Stash-Erweiterung, eigentlich jeden dazu bringt, sich durch diese Parts zu kämpfen. Ich bin da natürlich auch dran und habe euch mal meine Eindrücke von Part 1 bis Part 6 in dieses Video gepackt. Die folgenden Parts kommen natürlich in einem weiteren Video, weil das sonst den zeitlichen Rahmen gesprengt hätte. Part 1, bei dem wir auf Shoreline den Verbleib der Männer von Fans in Erfahrung bringen sollten, lief ziemlich unspektakulär, also starten wir hier direkt mit Part 2 auf Lighthouse, um die verwirrten Scuffs zu erledigen und den Obdolbo-Stim einzusacken, den wir für diesen Teil der Quest brauchen. Da auf Shoreline so heftig viel los war, dass wir unser Glück einmal auf Lighthouse versuchen wollten. Die Questreihe macht bis jetzt schon irre viel Spaß und bringt einen aber auch gleichzeitig bis an die Grenzen der Verzweiflung. Das war's aber auch schon mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, der Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Das ist ein Blaubeiner davon. Er schießt gleich auf mich. Ja, das ist einer. Das ist ein Rügler. Einer. Alter, mich verarscht. Er ist tot. Er ist weiter unten gewesen. Weiter, weiter unten. Achso. Holy shit. Nur einer? Einen, ja. Der hat gewiggelt und jedes Mal... Oder? Spieler. Den hab ich... Ich hab ihn einmal getroffen. Warum ist der nicht tot? Hast du AP-Money? Ich müsste AP dran dran haben. Ich hab der nicht tot. Ich hab ihn gebraucht, weil... Ich hab der nicht tot. Ich hab' ihn nicht tot. Ich hab' ihn nicht tot. Ich hab's ... Ich hab's nicht tot. der wurde gerade silence abgeballert da nein ist einer von denen ja genau es war der spieler der in den verwirrten skiff zerschossen alles gut macht ja keinen stress ich hab das hier im blick lute versuch einfach so viel wichtig weißt ja was gutes ist und was nicht gut ist entscheide selber lute den scheiß so viel wie du mitnehmen kannst um gar nichts zu gönnen und ich überwachte ich in der zeit ist gut wenn jemand näher kommt dann schreie ich ganz laut wie ein mädchen und dann weißt du bescheid keiner hat den sim dabei das ist ja noch wie sei warte mal ich kann aber die quest nachgucken ach ne ich habe ja keinen einzigen skaff erwischt ich habe einen umgebaut das hat gezählt aber warum haben die denn diese scheiß stims nicht aber du quälst sie quälst dich eh ab die zu kriegen und dann haben die noch nicht mal zu 100 prozent so ein scheiß teil dabei die zweite quest auch gerade fertig ja zweite quest würde ich auch gerne aber die die verwirrten skiffs haben keinen obdolbers für mich dabei warum du aber nicht du musst erst mal nur ein lkw ich würde sagen von hier aus hoch über das ressort und seite ressort und dann war das ist ja noch einer den anderen habe ich war es geht ab läuft es geht so ist so ein bisschen schleppend also ich kann nicht sagen dass ich hier so eine breitseite kriege wie donnerstag also donnerstag habe ich ja quatsch dienstag habe ich nur auf die fresse gekriegt davon ist hinter uns hinter uns sind die schüsse hier aufpassen jetzt alles hier um die ich weiß halt nicht ob tatsächlich ein paar leute einfach da liegen und einfach snipen für die leute wir hin wollen ich glaube die sind ein bisschen hart ich sehe den ein das waren drei stück habe ich gesehen ich glaube das ist noch ein anderer spieler ich glaube das ist noch ein anderer spieler ich habe aber wie gesagt glaube ich noch einen spieler gehört muss ja anders geht es ja nicht wo ist der stimmen leute das waren alle ne scheiße mehr haben wir nicht erschossen oder oder was ist der hier den habe ich glaube ich schon nur die zwei plus meinen drei mehr haben wir nicht nur schon wieder nicht eine ewigkeit später ich sehe sie stehen da unten einer da unten bist du das da ja ich bin kurz vorm lkw ich schlenke gerade ja ja alle down die looten ok macht ihr die mission ja wir machen die mission das system nice oh ich muss raus auf was hat der scaf geschossen da vor mir läuft da ich bin da und er liegt hier fast pass auf an den stein zwei mann zwei mann nachgeschossen die müssen ja dahin gehen wenn die dich haben wollen dann 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Du solltest auch versuchen rauszukommen. Ja, ich werde nach hinten versuchen abzuhauen. Vielleicht einen anderen Angle zu bekommen auf den Dude. Das Ding scammt da jetzt sein Buddy ab, wahrscheinlich. Schlimm Leute, rausgeschafft haben wir's aber. Pass auf, den anderen hab ich mit der Nate gekriegt. Ne. Aber den einen zumindest. Aber wir sind eigentlich ziemlich... Nein, 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 Ponsi, mein Gott. Überleg doch ein bisschen. Du bist so ein Vollidiot. Hat sie eh ne Waffe, konntest ich grabben. Nicht nochmal. Ey, sag mal, bist du verblödet oder bist du blöd? Das war nicht meine Mjölnir, das ist deine. Warte, ich kann sie dir gleich geben. Hier oben. Hier müsst ihr gehen, oder? Warte mal, wir gehen doch mal hier hin. So, warte, hier kommt sie hin. Hier. Da. Hier liegt sie bei mir. Vorne. Hier. Hallo? Hier. Ja, wenn man's Gart finden zwischendurch, wär cool. Oh Mann. Ponsi, das ist doch ohne Sinn. Ich bin die Spawnerei einfach rausgerufen. Ja, ohne Sinn und Verstand. Macht euch nicht fertig, passiert. Da kriegt der gleich noch richtig, wenn die nicht dabei sind. Ah, ja, hier. Okay, er ist dran. Oh ja. Mensch. Die müssen den anderen hier ja auch irgendwo erschossen haben. Hier, bei mir am Haus liegen mindestens zwei oder drei. Hier liegt einer. Hier liegt einer. Hier hinter liegt einer. Ja, ist okay. Hier ist es okay. Hier ist es okay. Okay, hier ist nun ein RK. Oder müssten wir jetzt rein theoretisch mal dann gleich nach links ins vorne vorarbeiten Scheiße der Typ Ist der denn jetzt hochgegangen oder rund? Der ist am Granatwerfer dran Ja wenn der oben steht und schnell genug ist Der ist tot Nice Hinten irgendwas So jetzt das Dixi Klo Ist hier Ich hab den Laptop Wo war er denn? Hier im Dixi Klo bei mir Ist ja ne scheiß Dixi Ach da Ja Jo Hab ihn auch So wo müssen wir raus? Und wir können rein theoretisch wieder zurück pass zu Shoreline ne? Hätte ich keinen da vorher Magnum geladen ne? Hättest du dir schon lange ans Bein geschossen Kasper hat nicht so auf der Straße rum da Wir könnten Autos lang kommen Ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö rechts von uns hügel auf dem hügel drauf rechts runter gerannt ist gerade beim strommast wird beschossen glaube ich ich hab beschossen ich sehe ein zweiter zweiter ist in die ditch reingelaufen sehen das eines gab ich schüsse vor uns gehört oder impact und verschießt auf mich weiter was sind das das sind dings bladthounds nein bladthounds genau ich bin tot hat er dich genaded ja hat mich genaded ich kam aus der position nicht weg die haben beide auf mich angehalten was die sind bis hierher ja ich bin auch tot ja mich gerasht einer letztlich gedreht da war ich bin tot oh ja das ist sehr gut so ich glaube ich renne wieder ganz außen vorne rum oder und der von der einen seite oder wollte wie von holz sei daran da vorne direkt davon da laufen schon mal seine doch oder schießen machen wir nicht mehr oder was ich schmeiß jetzt da wo ist der ist der beim holz ab ganz in den bahn einer ist einer eine hauswand hier glaube ich an den roten ich bin es ich bin es Ach, Kotz im Strahl, ey. Er muss auch angesprintet kommen. Oh mein Gott, er hat es gesagt. Ich höre dich, ich bin's. Einmal hinten. Rennen. Echt, links kommt was. Fick dich! Oh, ich habe Sanitar. Einer ist noch hier, gerade vor mir. Ich habe O in. Ich habe Big Pipe. Du kannst jetzt mit durchziehen kommen sie, wenn er Sanitar hat, dann hat er die Clips. Let's clear it. Ist das so gebildet? Oh. Das klingt halt schon. Äh. 2-3. Ah, Alter. Einer hängt ja noch hier draußen. Aber hier sind auch noch welche bei mir. Da wusstest du das? Ich habe noch einen. Ich bin außen an der Wand. Und? Ja, ich höre dich neben mir direkt. Ja, ich komme bis mich hier. Hier ist eine Tür. Ah ja, ich höre ihn. Müsstest du aber rein schaffen, da durchzurennen. Das ist direkt hier vorne irgendwo. Ich verziehe mich nach hinten. Boah, Gott, ey. Diese Quest macht einen überhaupt gar nicht fertig. Also, überhaupt gar nicht. Sanitar und Bird-Eye habe ich. Aus 1,1 Meter und 8,2. Ja, Fernkampf. Darauf war ich aus. Ah, okay, super. Dann musst du jetzt auch nur noch die Dinger töten. Ah ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, warum hier überhaupt jemand ist. Müssten die nicht gerade auf Shoreline sein? Ehrlich, ne? Können wir uns nicht in Ruhe lassen? Hier, der erste Bitcoin für dich. Let's go. So, komm mit. Wir gucken nur eben schnell die Bitcoins, damit du loskommst. Hallo. Zweiter Bitcoin, let's go! Lull. Ah ok. Hey, links von uns! Ja, hier links von uns sind welche? Also im Gebäude oder? Ja. Draußen. Er springt hier, warte mal. Er hat mich leider. Sind zwei. Direkt draußen vorm Loch. Aber einer Stealth hätt auch noch fünf. Pass auf dich aus. Einen hab ich. Ok scheiß drauf, wie komm ich von hinten rein? Ungefähr in der Mitte ist mit höher. Hm? Ungefähr in der Mitte ist mit höher. Ja. Hier? Und noch weiter. Ne, hier, ne? Ja, deswegen hängt ein bisschen, das ist kein Discord an. Achso. Hab offen. Hier schon wer tot? Ich hab schon gepre-fired, alter. Und er kommt trotzdem um die Ecke geslidet. Na egal. Wir doen jetzt weiter. Auf Mari. Dann auf. Die Ecke. både Masters.